Kaltgestellt im eigenen Kühlhaus. Schnitzelkönig von Berlin. Eingeschlossen, erfroren. Wer auch immer das war. Wenn du willst, Speck. Du musst schlag den Schwein. Hat gründlich sauber gemacht. 30 Leute können hier einfach so verschwinden. Sie kriegen nichts mit. Und will, dass es auch sauber bleibt. Probleme sind dafür da, dass man sie löst. Till! Ich brauche einen Rettungswagen und Einsatzkräfte. Der Tatort. Sonntagabend im Ersten. Der Tatort. Sonntagabend im Ersten.